hallo und herzlich willkommen zu diesem video über amazon echo und aus grund dessen dass das geht lassen wir das video so wie es ist mit unserer begrüßung mit diesen frauen und kurz und knapp denn das ist eine wichtige information für unsere zuschauer wir haben hier ein neues format namens amazon echo und zwar geht es darum neues von alexa zu erfahren und wir gehen jetzt hier einfach mal die liste durch denn da gibt es ein paar vorschläge zum ausprobieren ich würde sagen du beginnst mit dem ersten punkt alexa wie sehe ich heute aus welche filme sind bei den oscars nominiert das sind die oscar nominierungen 2018 call me by your name die dunkelste stunde dann kirk get out lady bird der seigene faden die verlegerin shape of water das flüstern des wassers und three billboards outside ebbing misery für einen oscar als bester schauspieler bzw beste schauspielerin sind unter anderem daniel kaluja meryl streep gary oldman und sally hawkins nominiert tom ellis fehlt ich kenne da keine einzigen ich auch nicht nächste frage alexa wann beginnt der frühling auf der nördlichen erdteil kugel beginnt der frühling am montag den 20 märz und endet am dienstag den 20 juni kopf für arbeit okay du fragst schon außer der reihe und überspringst da mal was das was davor eigentlich kommen sollte wäre alexa sagt mir mal einen fußballspruch was ist der elektriker am liebsten kabeljau was that's so funny alexa erzähl mir etwas lustiges wie nennt man eine kuh mit zwei beinen rinderhälfte bitte nach der reihe jetzt müssen wir suchen was wir noch nicht gefragt haben alexa wann läuft der film black panther black panther wird in zwei kinos in der nähe von bad baldsee heute gezeigt du kannst jederzeit vorwärts springen im kino kino saulgau in bad saulgau lauten die spielzeiten 15 uhr 40 18 uhr 5 und 20 uhr 20 alexa möchtest du mit mir frühstücken gehen darauf habe ich leider keine antwort schade ich hab auch alexa wie macht die katze alexa was war zuerst da ei oder huhn das hohn das ei moment das hohn ach keine ahnung wow mega ok alexa bitte nicht stören ich werde dich nicht stören alexa welches land führt den medaillenspiegel norwegen hat den medaillenspiegel mit 39 medaillen angeführt 14 goldene 14 schilberne und elf bronzene deutschland hat den zweiten platz mit 31 medaillen erhalten gefolgt von kanada mit 29 medaillen krass wir sind gut ja dieses jahr waren wir schon gut krass alexa erzähl mir etwas lustiges wie nennt man einen dicken schriftsteller kugelschreiber ja meist gefragt diese woche internationales wetter promi grüße ok oder quiz skill ja ich wollte schon sagen das war's von unserem ersten video des formats neues von alexa und zwar vom 23 stopp und zwar vom 23 februar 2018 wann dieses video kommt wissen wir nicht ob dieses video kommt wissen wir auch nicht ob dieser junge herr neben mir ins bett kommt ist auch noch unklar was auch noch unklar ist ob ich überhaupt noch mal so ein fragebögen find was auch unklar ist wo die fragebögen hin sind es sind so viele dinge unklar dass wir für diesen part schluss machen das ist ein das ist ein das ist ein das ist ein